Ich war da einmal Wahnsinn Geiles Finale auf jeden Ich glaube, jeder hat seinen eigenen Lieblingsdruck Ja, safe Ich glaube, jeder hat seinen Lieblingsdruck Mh 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 mh. Wo ist waka waka? Ach er hat keinen Bock. Ajaaar? anders ist anders ist doch gerade so der einzige der mit ihm mithalten kann so ne also heute beim turnier anders hat er davor alle weg gescheppert aber warte mal jetzt hier was passiert jetzt hier das war ein choke von artis das war es fast das könnte ein knockout sein das war es leider für artis ne trotzdem stark gespielt der mann aber am ende setzt sich halt der kleine durch das war es Bis zum nächsten Mal.